Hallo Hallo Ihr Lieben, 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 Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es war ja jetzt die Black Friday Week und ich muss sagen, ich war richtig brav, ich habe mir nichts gekauft, bis auf eine Glossybox. Es war die erste seit lange und ich muss schauen, dass ich nicht meine Adresse zeige. So schaut der Versandkarton aus. Und es ist eine spezielle Box, es ist nämlich eine Special Black Friday Box. Ich habe schon ein Unboxing dazu gesehen und habe mir mit dem Rabattcode die Box für 20 Euro gekauft, statt 30. Es sind einige Produkte dabei, so wie ich das erfahren habe, die in den letzten Boxen nun drin waren. Allerdings habe ich ja die Glossybox seit Jahren nicht mehr, dass am Tisch für mich dann kein Problem ist. Und hier steht um einmal Glossybox. Und ich würde sagen, wir packen die einmal aus. Passend zum Thema ist auch die Box, die normalerweise in einem rosa ist, auch in einem schwarzen. Und die super gefüllt, hier sind auch mehr Produkte drin, als die standardmäßigen 5-6 Produkte. Hier steht einmal Black Friday Edition. Und ich werde die jetzt einfach neben mich händen stellen und dann nach und nach ein Produkt daraus ziehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was alles drin ist, einfach weil ich super vergesslich bin. Aber wir lassen uns jetzt überraschen. Und zum ersten hier nochmal, das kann ich euch nochmal zeigen, eine Schleife mit dem Heftchen. Wo denke ich, alle Produkte drin sind. Und dann ist hier nochmal ein Seinpapier zu einem Aufkleber. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das auf jeden Fall, wofür ich das jetzt benutze. Also diese Boxen sollte man auf jeden Fall weiter verwenden. Ich weiß, aus Erfahrung, wenn man das Abo hat, dann sammeln die sich einfach extrem an. Was super schade ist, weil man dann wahrscheinlich schon die ein oder andere Box einfach wegschmeißen muss, weil... Wo lagert man das Ganze? Okay, ich öffne das Seinpapier. Und das erste Produkt, was ich hier sehe, ist diese Hyaluron Shot Gesichtsmaske von Garnier. Und ich habe noch nicht eine einzige von diesen Shot Masken ausprobiert. Ich glaube, es gibt ja auch eine mit Vitamin C. Und hier hat man hier oben das Tuch und unten das Seinpapier drin. Und dann, wenn man die machen will, mixt man alles frisch zusammen. Und da hatte quasi eine ganze Rauschmaske. Ich habe nur gutes von denen gehört. Deswegen freue ich mich sehr, dass die hier drin ist. Die ist ja auch nicht so extrem günstig. Also das geht noch. Aber im Vergleich zu den Masken von Action, ich glaube, dass die schon so 2,50 oder sowas kostet. Und Hyaluron kann man aktuell sehr gebrauchen im mittelkalten Luft. Das schneid ja. Und dann hat man innen noch die Heizanten an. Also optimal. Da freue ich mich sehr drüber. Dann etwas, was anscheinend nicht ganz so beliebt ist, sind diese Compete Blasenpflaster. Aber ich finde das einfach so cool, weil die sind zu teuer. Und ich weiß nicht, ich bin dann zu geizig, Geld für gescheite Blasenpflaster auszugeben. Ich klebe mir einfach ein normales Pflaster drauf. Was zur Vorbeuge bestimmt ganz gut ist. Aber wenn man eine Blase hat, dann sind die so gut. Man hat einfach gar keine Schmerzen mehr. Und es ist einfach so praktisch, das zu haben. Ich meine, dass die Sohers normalerweise so sexy wie Euro kosten. Finde ich richtig cool. Das ist einfach so ein praktisches Produkt. Aber viele finden das eigentlich total in einer Beautybox. Was ich irgendwie auch verstehen kann. Aber ich finde es praktisch. Dann ein Serum von Verso. Und Verso ist eine extrem teure Marke. Ich hatte schon das ein oder andere Produkt von denen. Und ja, das war manchmal ein Reinigungsgel, meine ich. Was in Ordnung war. Das war jetzt nichts Spektakuläres. Aber diese Marke ist einfach so teuer und wird richtig gehypt. Und deswegen freue ich mich, ein Serum auszuprobieren. Das ist ein Hydration Serum mit Niacinaminen. 10 Milliliter. Damit kommt man auch eine Zeit lang aus. So zwei Wochen auf jeden Fall. Und auch das kann man jetzt zu diesen kalten Tagen und Wintertagen gut gebrauchen. Feuchtigkeit und Niacinamide mag ich sehr gerne als Wirkstoff. Dann als nächstes war ein Pinsel dabei. Und das war auch so ein Argument, warum ich diese Boxe haben wollte. Weil hier ein Stippling, 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 Stippling Brush dabei war. Und ich verwende sehr gerne cremige Produkte. Also Cream Bronzer, Cream Blush. Und dafür verwende ich sehr gerne ein Stippling Brush. Und ich habe nur einen und der ist ständig schmutzig. Und ich freue mich, dass ich jetzt diesen hier habe. Und der ist auch nicht so groß, präzise. Richtig cool. Ich wollte mir schon öfter mal einkaufen. Aber ich denke mir immer, ich habe so viele Pinsel. Du brauchst es nicht. Und Luxi, 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 Luxi. Ist eine sehr gute Pinselmarke. Leider hört man das extrem laut, wenn unten in der Tiefgarage die Tür zufällt. Ja. Es tut mir leid. Und ich versuche schon immer die Geräusche rauszuschneiden. Aber ich mag es auch nicht, wenn ein Video zu viel geschnitten ist. Eine sehr gute Abonnentin, Tanja meine ich, hat mal gesagt, mach dir keine Gedanken, wie hintergrundgeräusche das sind. Gratis-Trigger. Und das fand ich so süß. Ach übrigens, es ist heute der erste Dezember. Das heißt, wir könnten unsere Türchen aufmachen. Unser erstes Türchen von unseren Adventskalendern oder von unserem Adventskalender. Ja. Irgendwie habe ich immer mehr als einen. Und ja, ich hoffe ihr habt alle einen. Und habt alle Türchen schon aufgemacht. Und ja, offensichtlich ist heute nicht mehr der erste Dezember, wenn dieses Video kommt. Aber ich glaube der zweite Dezember müsste es sein. Also, genau. Könnt ihr mal ein zweites Türchen aufmachen. Ja. Ja. Über den Winsel freue ich mich sehr. Dann etwas, wo ich sehr gespannt bin. Ist hier dieses Produkt. Und zwar ist es von Elegia Beauty. Illuminator. Illuminator. Natural, vegan and eco-friendly. Und die schaut extrem rosa-pink leuchtend aus. Aber der ist nicht so farbintensiv. Ist eher wie so ein Blush-Lighter. Also ein Blush und ein Highlighter. Und den kann man eben auch perfekt mit diesem Stippling. Stippling, 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 Stippling. Brush auftragen. Ich lass den jetzt noch zufällig. Das ein oder andere Produkt habe, was so ähnlich ist. Und ich brauch das sonst niemals auf. Und ich will auch nicht, dass die Sachen schlecht werden. Ich finde es ganz süß, dass es mit so einer Pipette kommt. Weil es sehr flüssig ist. Genau, fand ich auch richtig cool. Dann ein weiteres Mega Produkt ist von Josephine. Josephine. Josephine, Josephine, Josephine hier. Ein... 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 Ein Produkt... Namens... Miet... Die Beine... Oder so in der Hand. Lip Power Natural Matte Liquid Lipstick. Ich stehe hier normalerweise nicht so auf Matte Lip. Sondern eher so Glossy Lip Balm mit ein wenig Farbe. Oder direkt Lip Balm. Aber ich packe ihn mal aus. Und der schaut so aus, passend zu meinen Nägeln. Und vielleicht trage ich den auch einfach mal auf. Zur Weihnachtszeit ist roter Lippenstift, rote Nägel ja immer sehr passend. Ich bin nur extrem Pflicht, dort einen roten Lippenstift auch schön aufzutragen. Aber ich probiere es mal. Dann nehme ich mir hier so ein Tuch und nehme erst mal das runter, was ich drauf habe. Mal sehen gar nichts mehr. Dabei ist das gar nichts mehr gewesen. Und... Mal schauen, wie der Applikator ist. Okay, er steht so fest drinnen auf jeden Fall. Und so schaut er aus. Alter Schwede, das ist echt mein krasses Rot und... Oh Gott, ich werde es jetzt richtig verkacken. Ohne Spiegel. Okay, warte mal. Okay, ich bin ein kleines Morant. Ja, ich bin ein kleines Morant. Ich bin ein kleines Morant. Ich bin ein kleines Morant. Einfach sich nicht zu beschreißen. Einfach drauf machen. Okay. Okay, da ist meine Lippe noch nicht gut ausgemalt. Okay, ich muss das mal kurz korrigieren. Okay, ich glaube man kann unschwer erkennen, dass ich nicht zu der Profi darin bin. Und meine engerissen Stelle schaut natürlich optimal dazu aus. Und wie ist bitte auch hierhin was gekommen? Oh mein Gott. Okay. Aber sonst. Was sagt ihr? Meine Zähne schauen auf jeden Fall weiß außen. Das ist mir super wichtig, dass ich nicht dann irgendwann so eine Farbe habe, die gelbe Zähne hervorruft. Ziemlich ungewohnt. Okay, das Video ist schon wieder super lang. Dann machen wir weiter mit diesem Produkt. Und das war auch eins, was mich dazu geführt hat, diese Box zu kaufen. Und zwar ist das von Revlon. Ein Zehn in Eins. Ja, Sprügelhaarzeug. Zeug. Und das soll eben. Es repariert und trockene und kaputte Haare. Es stärkt sie und reduziert Brüche. Macht die Haare weich. Er kontrolliert Friß. Friß. Er gibt Feuchtigkeit. Ist ein Hitzeschutz. Schein. Oster. Schein. Und die macht die Haare weich. Und hilft vor Spitz. Also vorbeugend. Und Refreshes. Der Hairstyle. Frisch das Styling auf. Ach, und hier. Mir ist auch auf Deutsch gestanden. Fliegt und entdehniert. Und ich verwende immer so eine Sprügelhaar. Und ja, nachdem ich sowas sowieso gekauft hätte, dachte ich mir, dass es in der Box gleich wird. Und Reflon ist auch eine sehr gute Marke, was ich gehört habe. Und ich verwende, dass es in der Box gleich wird. Okay. Dann, wir haben immer noch einige Produkte. Es enthalten eine Sprühdeo. Das wird wahrscheinlich nicht den allergrößten Schutz haben. Aber es wird gut reichen. Und das ist von S. Olima Soapure. Und ich würde sagen, wir riechen einfach mal daran. Das kommt mir richtig bekannt vor. Das kommt mir richtig bekannt vor. Aber irgendwie ist es mir so danach, als hätte ich dieses Parfüm schon mal gehabt. Aber ich hatte noch nie eins von S. Olima. Es ist so frisch. So piochig hier drauf. Riecht noch mehr frisch gewaschene Wäsche. Und vielleicht kommt es mir auch so bekannt vor. Weil ich war schon mit Lava S. Olima. Und irgendwie diese Lippe. Ich glaube, ich habe gar nicht richtig ausgemalt hier. Es wärmt auf jeden Fall ab. Okay, ja, darüber vor ich mich auch sehr. Werde ich gerne ausprobieren. Ihr seht ja die Produkte dann in einem aufgebrauchten Video. Und du schaust einfach so süß aus. Ich habe das schon mal gesehen bei jemandem. Also beim Unboxing. Wenn ich sie jetzt aufkriegen würde. Okay. Und es schaut einfach so aus. Und da ist eine Blume drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da unten. Ja. Und so glitze, 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 glitze. Glitze. Gold Flakes. Und irgendwie schon überall rote Lippenstift. What? Ich weiß schon, warum ich das nicht trage, normalerweise. Es ist einfach so unpraktisch, wie kann das jetzt da sein? Okay. Wenn ich aufsüße, einmal den Lippenstift. Okay, dann war noch drin eine Mascara, Plum and Poppy, Plum, Plum and Poppy Curl and Volume Mascara. Und wie viel ist da bitte drin für 20€, wo ich das einfach koste? Mascara kann man immer gebrauchen. Wenn ich mich schmecke, verwende ich das auf jeden Fall. Aber werde ich jetzt halt auch nicht aufmachen, weil ich habe noch... Es ist einfach überall. Es ist überall hier auch. Das gibt es auch gar nicht. Okay. Weil ich noch einen aufmachen habe und Mascaras, Mascaren, öffne ich ungern. So, so viele. Ist auf jeden Fall richtig gut, dass es dabei ist. Und dazu auch passend noch ein Eyeliner von Aiko. Aiko, Aiko irgendwie so. Black magic. Oh, das ist sogar eine mit einer Kugel. Ich habe von Aiko schon den ein oder anderen Eyeliner gehabt. Und weil die Elegance gut ist? Der hier ist waterproof. Black magic heißt der. und dann so eine ultra feine Pinsel, oh das sind richtige Pinselstriche, äh Pinselhaare, der ist glaube ich gut. Ich verwende ja eigentlich immer so einen kleinen Mini-Eyeliner, oftmals schmink ich mir den einfach mit Lidern, mit einem dunklen oder ich nehme noch dazu so einen Eyeliner, also freue ich mich auch darüber. und er ist super schwarz Genau, und dann haben wir noch zwei Bordungen darüber hin, einmal hier ein, ein Setting Spray, von Sandlux, Sandlux, Setting, Setting, Setting Spray. Und es schaut so cute aus mit den Sternen. Setting Spray verwende ich auch jedes Mal, wenn ich mich schmecke. Das sieht einmal so aus und ich bin mir sicher, das ist auch so ein bisschen illuminierend. Die trabaje, die Mini Downs schon in die �em Ja glowy Zinnius Ja das sind Ja yea Finde ich auch richtig cool. Und zum Schluss haben wir hier als letztes Produkt von Rebens eine Aktiv-Kohle-Creme-Maske. Zwei Anwendungen, sanfte Reinigung, reduzierte Hautfett, birgt Antibakterien gegen Mundreinheiten und die Masken von Rebens finde ich super. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass die jetzt dabei ist. Ja, finde ich auch richtig cool. Und dann hatten wir einmal diese Maske und diese von Garnier, diese feuchtigkeitsspendende Maske. Ja, also so alles irgendwie dabei. Es war auch eine schöne Mischung aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Und ja, ich werde jetzt meine Sachen wegräumen und wir sehen uns dann ganz bald über einem neuen Video wieder. Mach's gut, ihr Lieben. Bis bald. Bye.